Ich bin Wendy Holdener, bin 18-jährig, komme vom Untereinberg und meine Eltern waren seit zweieinhalb Jahren mit mir Skifahren. Wendy Holdener ist ein richtiges Multitalent. Gleich drei Medaillen waren der Lohn an der Junioren-Weltmeisterschaft 2011. Gold in der Kombination, Silber in der Abfahrt und Bronze im Riesenslalom. Motivation hole ich sicher zu Hause und in meinem Umfeld. Die unterstützen mich, wo es nur geht. Und sicher auch beim Skifahren. Wenn ich morgen mal schlecht gelohnt bin und beim Aufstehen oder einfach ein schlechter Tag ist und ich dann skifahren oder trainieren gehe, dann lache ich einfach wieder. Das macht mir Freude und ich glaube, da hole ich die grösste Motivation. Fünf Stunden Training täglich, im Sommer wie im Winter, sind Wendys Rezept. Auch für zukünftige Erfolge. Für nächstes Jahr ist mein Ziel, mich in der Weltcup zu etablieren und nach Sotschi 2014 mitzumachen. Und das erreiche ich sicher nur, wenn ich gesund bleibe und Freude am Skifahren habe. neck Wind Mug Musik Mug Untertitelung des ZDF, 2020